Die Politik der Hauptstraße trifft die Überwachung mit Militärtechnologie. Und stell dir vor, ihr habt einen großen Krieg und braucht dafür viel Equipment und der Krieg geht vorbei. Und ihr könnt das nicht wirklich einfach liegen lassen. Also nimmst du das ganze Zeug einfach mit nach Hause. Was machst du damit? Du kannst es natürlich der Polizei geben und Militärtechnologie zu mehr zivilen Bereichen bringen. Und plötzlich sieht die Polizei mehr wie eine Militärorganisation aus, also wie eine Söldnergruppe oder sowas. Und sie haben Panzer gegen Proteste und so weiter. Was ähnliches passiert mit Überwachungstechnologie. Wenn der Krieg vorbei ist, wollen die Firmen das halt weiterhin verkaufen. Und wen verkaufen sie das? Zu den eher zivilen Bereichen. Lustig und nicht ganz so lustig. Catherine Crump redet da heute drüber. Catherine Crump, Entschuldigung. Wir wollen, dass ihr sie freundlich begrüßt. Viel Spaß. Vielen Dank. Und danke, dass ihr gekommen seid. Ihr seid hier die härtesten, die noch bis zum letzten Tag aushalten. Ich möchte heute ein bisschen Zeit damit verbringen, Überwachung von lokalen Überwachungsunternehmen zu zeigen. Wir haben über NSA und FBI geredet, auch aus guten Gründen. Das hat Snowden ja auch viel über veröffentlicht. Aber ich glaube, dass für die meisten Amerikaner das FBI eigentlich recht entfernt aussieht. Und sich gar nicht vorstellen können, von denen bewacht zu werden. Aber die lokale Polizei ist andererseits realistischer. Und heute gibt es Militärtechnologie, die zunehmend in popularer Polizei benutzt wird in den Vereinigten Staaten. Das beste Beispiel dafür ist, was die meisten Amerikaner immer noch nicht mitkriegen, ist, dass fortgeschrittene Überwachungstechnologie auch von Polizei in kleinen Städten benutzt wird. Und von Milliarden von Donnern von Bundesgeldern bezahlt. Und oft weiß die Bevölkerung da gar nichts von. Und oft wissen das auch überhaupt nicht, weil die Gewehten repräsentieren. Und in öffnen Communities wie Oakland oder Seattle fangen Gemeinschaften halt auch an, entgegenzudrücken und da Regulationen einzuführen. Und ich finde, dass da mehr Leute mitmachen sollen. Also das war ein bisschen Hintergrund. Und es gab sehr viel Kontroversen über Polizei in den Vereinigten Staaten, als die Polizei in Ferguson Michael Brown erschossen hatte. Da waren Riesenproteste danach und Amerikaner waren erschrocken. Nicht nur damit, was Michael Brown passiert ist und was für den anderen davor und danach passiert ist. Aber vor allen Dingen auch, wie die Polizei die Proteste beantwortet hat. Dann, dass diese Vehikel, die Bearcat heißen, die die Straße runterrollen. Und Swetagenten, die Aktivisten konfrontiert haben. Und viele Amerikaner sind da erst dazu aufgewacht, dass Militärequipment in der lokalen Polizei benutzt wird. Und Aktivisten haben das schon jahrelang drauf hingewiesen. Und das braucht erst mal dieses Ereignis, um die amerikanische Bevölkerung da aufzuwachen. Und auch aufmerksam zu machen, dass es Programme gibt, die wirtschaftliches Militärequipment an Polizeibeamte verkaufen. Und wir haben dann die Leute dazu gebracht, zwei Hamvis wieder zurückzugeben ans Militär, die an die Polizei gegeben werden sollten. Aber die Amerikaner bemerken immer auch nicht, dass die Tools über der Macht und Überwachung auch vorhanden sind und vor der Polizei benutzt werden. Erstmal Ausstellungsobjekt A dafür. Das wird oft in Afghanistan und Irak benutzt, um Leute zu identifizieren. Aber jetzt benutzen das auch die lokalen Polizeigruppen in den USA. Ein großes Beispiel ist da San Diego und Kalifornien. In San Diego wurde diese Gesichtserkennung-Technologie in 2007 entwickelt. Aber es hat sechs Jahre gebraucht, bis die Electric Electronic Frontier Foundation das herausgefunden hat. Und auch Leute in San Diego haben das vorher einfach nicht bemerkt. Und nicht mal die gewählten Beamten haben gemerkt, dass diese Technologie da benutzt wurde. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden. Das Programm heißt Tag IDs. Und die werden von Arches gemacht. Von denen ist auch dieses Slide. Das wird auch in San Diego hergestellt. Tag IDs. Das ist eine Daten-Database, wo 1,4 Millionen Fotos drin sind, die in lokalen Gefängnissen gemacht werden. Und damit werden dann diese Bilder mit verschiedenen anderen Fotos abgeglichen. Und dann können sie halt gleich sehen, ob die Person, mit der sie gerade interagieren, vorher schon mal verhaftet wurde. Also es kann passieren, dass die noch nicht mal angeklagt wurden, aber das ist dann schon da mit eingetragen. Jetzt gerade sind da nur Fotos drin, also Gefängnisfotos. Aber wir wissen nicht, wie lange das so begrenzt sein wird. Die Polizei hat spekuliert, dass vielleicht auch alle Führerschein-Fotos da integriert werden könnten. Vielleicht auch einfach nur Fotografien zu machen. Dass vielleicht auch, dass in feste Kameras heraneingebaut werden können, zum Beispiel in Verkehrsbetrieben, um die ganze lokale Bevölkerung zu scannen. Und die haben das gemacht, ohne dass die Bevölkerung davon wusste, ohne dass irgendjemand, der gewählt wurde, davon gehört hätte. Und das ist natürlich absolut undemokratisch. Und im Februar waren da ungefähr 800 registrierte Benutzer dieser Technologie in 20 verschiedenen Städten und Polizeigruppen in San Diego. Und nicht nur von denen, sondern auch von ICE, die dafür verantwortlich sind, dass Leute, die illegal eingewandert sind, deportiert werden und von anderen Organisationen. Und ich muss euch nicht erklären, was das für Implikationen für die Privacy vor euch hat. Und das ist genau, was ganz stark beobachtet werden sollte. Und die Polizeibeamten konnten diese neuen Technologien früher nicht so gut machen. Vor allem, weil man eigentlich Geld brauchte, um das zu machen. Und um Geld zu kriegen, musste man erst mal zum Stadtrat gehen. Und das ging dann nicht ganz so gut, weil die lokalen Beamten das natürlich meistens ein bisschen genau angesehen haben, wofür das benutzt würde. Und da sind einfach, dann waren dann einfach ein paar Stück Papier vorfügt bei einer Welt, die Aktivisten angucken konnten und sehen konnten, was ihre lokalen Polizeikräfte benutzen. Aber so funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber reden, warum das so ist. Und wie das halt oft so ist, geht halt viel zurück zum 11. September. Nach diesem tragischen Ereignis kam dann der 9-11-Ausschuss, wo dann halt beobachtet werden sollte, warum die Geheimdienste das nicht abhalten konnten, bevor es passiert ist. Und eines der größten Ergebnisse war, dass der Terrorismus der innen Vereinigten Staaten entsteht, eigentlich eine große Gefahr für die Vereinigten Staaten ist. Und dass es viel mehr über individuelle Leute in den Gemeinschaften gesammelt werden muss. Und da kam dann die Idee her, alles auf dem lokalen Level zu sammeln. Und so wurden dann auch die lokalen Polizeikräfte in diese größere Bundesüberwachung eingebracht. In den Vereinigten Staaten gibt es einfach gar keine nationale Polizeikraft. Und es gibt einfach zehnmal mehr lokale Polizeibeamte als Bundesbeamte. Und da große Mengen Geld reinzupumpen, um mehr Technologie zu bekommen, überhaupt eine Technologie zu bekommen. Ich kann dir ja ein paar Zahlen zeigen. Ich denke, es gibt diese verschiedenen Grant-Programme, Zuschussprogramme. Hier gibt es ja verschiedene Namen. Da sind einfach ein paar Beispiele. Das sind eine ziemlich große Mengen Geld, also mehrere Milliarden Dollar, die da reingepumpt werden. Und es sind tatsächlich so viele verschiedene Töpfe von Bundesgeld, die du benutzen kannst, wenn du eine lokale Polizeibehörde bist. Das ist tatsächlich echt schwierig, das zu zählen. Und das würdest du vielleicht denken, dass die Zuschauer hier da bewusst sind, dass die Überwachungstechnologie günstig ist. Und wenn dann Milliarden von Dollar reingepumpt werden, dann wird die Überwachungsfähigkeit der lokalen Behörden echt erweitert. Wie ich vorher gesagt habe, Rechtsdurchsetzungsbehörden müssen zu den lokalen Behörden gehen, um Budgets zu bekommen. Oder jetzt können sie aber auch Bundesgelder beantragen. Und das ist tatsächlich in San Diego passiert. Das Programm wurde also von einer lokalen Behörde ausgerollt. Und die haben sich direkt ans Justizmilitium gewandt für Gelder. Und das Programm scheint immer noch völlig ausschließlich durch Bundesgelder, anstatt Bundesstaatsgelder unterstützt zu werden. Das ist natürlich eine Art Fusion Center mit 82 Rechtsdurchsetzungsbehörden als Mitglieder. Sie treten diesem sogenannten Kollektiv bei und füttern all ihre Daten in diesen gesamten Pool und können auf die Daten aller anderen zugreifen. Was jetzt in San Diego passiert, ist, dass also experimentiert wird mit Austausch von Daten mit anderen Bundesstaaten wie Arizona. Man kann also sehen, es gibt hier einen Ansatz von unten nach oben zu gehen. Und Bewegungen von Bürgerinnen und Bürgern werden jetzt täglich verfolgt in den USA. Also wir reden über San Diego und die Tatsache, dass niemand wusste, was passiert mit der Technologie, die hier zur Rechtsdurchsetzung angeschafft wurde. Das ist aber nur ein Beispiel. Also das bekannteste Beispiel ist vielleicht in Seattle. In 2010 gab es Berichte, dass Seattle Drohnen angeschafft hatte. Eine kleine Drohne hier, wieder eine Folie von einer liberalen Rechtsdurchsetzungsbehörde, die das beschrieben hat nach der Anschaffung. Das ist also relativ bescheiden im Vergleich mit anderen Drohnen. Das Interessante ist aber, dass die Stadtratsmitglieder, die es erfahren haben, auf dem gleichen Wege wie alle anderen. Sie haben es in der Zeitung gelesen. Und sie waren wirklich erstaunt und tatsächlich entsetzt, zu erfahren, dass diese Technik angeschafft wurde ohne ihr Wissen. Also außerdem war die Empörung in der Öffentlichkeit so stark in Seattle, dass sie diese Drohne tatsächlich wieder loswerden mussten. Und sie versuchten, das dem Hersteller zurückzugeben. Die hat sich aber geweigert. Und dann kam diese super Idee, sie haben es gespendet an Los Angeles, was dann auch wiederum eine sehr starke Reaktion hervorgerufen hat, dass diese Drohne jetzt in einem Warenhaus liegt und tatsächlich niemals geflogen ist. In Oakland gibt es eine weitere Community, wo das passiert ist. Ich weiß, dass viele Aktivisten aus Oakland hier sind und Aktivisten 2014 lernten Einzelpersonen in Oakland durch, durch, dass es also Gelder gab von, und die Idee war hier, Sensordaten durch ganz Oakland zu integrieren, an einem Punkt und eine umfassende Überwachung zu installieren. Das ist also eine Bemühung der Bundesregierung, hier solche Dinge zu installieren. Es gab drei Millionen Dollar Bundesgelder dafür in 2009. Und 2013 gab es dann Bedarf nach mehr Gelder für Phase 2, für weitere Daten, größere Datenmengen. Und sie haben tatsächlich zwei Millionen weitere Gelder akzeptiert. Zu diesem Punkt hat dann die Aktivistengemeinschaft gemerkt und haben dann die ganz grundlegenden Fragen aufgeworfen, die der Stadtrat trotz aller guten Absichten niemals gefragt hat. Also die Aktivistinnen und Aktivisten kamen wirklich zusammen hier und die Opposition wurde also geäußert. Und wir reden hier über eine stadtweite Überwachung mit Gesichtserkennung. Wir wissen nicht, wie lange die Daten gespeichert werden. Wir wissen nicht, welche anderen Behörden diese Daten bekommen werden. Wir wissen, wir redeten zu diesem Punkt darüber, dass das tatsächlich Polizisten auf der Straße mit Tablets und Laptops auf diese Daten zugreifen könnten. Wie könnte das nun gesichert werden, war die Frage. Und welche Kräfte, nur eigentliche, so viele unbeantwortete Fragen, dass tatsächlich die Sache insgesamt gestoppt wurde und eine Art Aufsicht erst mal nötig wurde. Und der Stadtrat hat tatsächlich hier zugehört und auch dies auch beantwortet. Darüber rede ich noch später. Es sind tatsächlich Beschränkungen dann eingebaut worden. Also sowohl in Seattle als auch in Oakland die Beispiele zeigen, dass hier Antiterrorismus-Gelder, Bundesgelder verwendet wurden, um das zu finanzieren. Aber diese Gelder wurden zur Rechtsdurchsetzung eingesetzt. Und das ist also nur ein Beispiel, wie viele dieser Technologien, weil es sehr wenig Terrorismus gibt und sehr viel Verbrechen gibt, wird diese Technik, die für Militärgebrauch gemacht ist, tatsächlich in Polizeihänden landet. Und das unterminiert tatsächlich die Nachvollziehbarkeit und die Rechenschaftsziehbarkeit. Und also sowohl in Seattle als auch in Oakland war es so, dass die Aktivistinnen und Aktivistinnen hier erfolgreich dagegen gewirkt haben, gegen die Überwachung. Und Seattle hat wirklich etwas Bahnbrechendes getan, wirklich ein Modell, das hoffentlich für viele andere Städte wegweisend sein wird. Es wurde hier erfordert, dass die lokalen Rechtsdurchsetzungsbehörden benachrichtigen müssen, wenn es solche Pläne gibt. Und dass sie erklären müssen, wie sie diese Daten sammeln, benutzen, speichern und teilen. Und Leute, die in solchen Communities das Leben haben, also tatsächlich eine Chance, diese Technologien zu kontrollieren. Und einige der ermutigen Dinge ist, dass die Stadtratsmitglieder genauso entsetzt darüber waren wie die lokale Community. Die Person, die für dieses lokale Gesetz verantwortlich war, sagte, ich möchte darüber reden, wie wir in diese Situation hineingeraten sind, ganz am Anfang. Eines Tages kamen wir ins Komitee und dort waren Pläne auf dem Tisch und Geräte auf dem Tisch. Und es zeigte sich, dass dies Drohnen sind. Wir wussten nicht mal, dass wir diese Drohnen besitzen. Wir fragten uns, wo kommt das her? Und wir hörten, oh, ihr habt das vor zwei Jahren genehmigt, was tatsächlich wahr war. Aber wir wurden gebeten, zwei Millionen Bundesgelder für die Terrorismusbekämpfung zu genehmigen. Und es wurde niemals gesagt, dass hier eine Drohung angeschafft werden würde. Und wir fragten, worum geht es hier? Und das ist also das Grundproblem, wenn man solche Sachen angehen möchte. Ich hoffe, dass wir nicht mehr in dieser Situation sein werden. Was Seattle getan hat, wird hoffentlich ähnliche Bewegungen in anderen Staaten auslösen. Es gibt jetzt die Chance für mehr Transparenz nicht perfekt. Aber wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die in dieser Community leben und haben gehört, dass das einen wirklichen Unterschied gemacht hat, weil die Polizei jetzt wirklich sich hinsetzen muss und nachdenken muss. Was sagen wir der Öffentlichkeit über das, was wir über die Sammlung, Benutzung, Speicherung und Teilung dieser Daten machen wollen? Und das hat also wirklich den Rollout dieser Technologien verlangsamt. Und es bedeutet auch, dass wir herausfinden müssen, wie wir mit einer politisch tragbaren Antwort auf diese Fragen, wie wir die bekommen können. Auckland hat sich also auch erfolgreich gewählt gegen diese Überwachungstechnologie, dank vieler Leute, die auch hier heute da sind. Und das war wirklich interessant, diese Debatte zu beobachten. Wie in Seattle gab es viele, viele Leute, die in der Tech-Industrie arbeiten, die sich sehr gut auskennen mit Technik und die sehr besorgt waren. Und diese Leute waren wirklich entscheidend darin, diese Technik zurückzudringen. Und es gab also auch einfach Leute, die in den Massen herauskamen und sagten, wir sind bereits so viel Überwachung ausgesetzt, die nicht nur unsere Privatsphäre verletzt, aber auch unsere Grundrechte, unsere Religionsausübungsrechte. Und es hilft ihr überhaupt nicht, lieber Stadtrat, wenn ihr jetzt auch noch diese Informationen sammelt in einer Art, die weiter geteilt werden kann. Also diese beiden Communities kamen zusammen und haben es also geschafft, die Beschränkungen zu erreichen. Und es gibt bereits so ausführliche Überwachung, wenn es jetzt hier um geht, Sensordaten stadtweit zu integrieren. Das wurde erreicht, dies zu kürzen. Sie haben dann ein Bürgerkomitee gegründet, das dann eine Privacy Policy herausarbeiten sollte. Und das ist ziemlich gut, die die ganzen Fragen angeht, die mit Daten zu tun haben. Und ich hoffe, das wird dann so ein Modell. Und das ist bisher so erfolgreich, dass sie versuchen wollen, Überwachungsstrategie in der ganzen Stadt, in Oakland, zu regulieren. Und wie ein Jux, ja, es sind zwei liberale Städte an der Westküste, dass die da irgendwie ein Löchner reingepiekt haben. Aber ich finde, das ist sehr bedrohlich zu dem, was die Bundesregierung da tun möchte, von den USA. Und zwar, die wollen ja einfach alle Informationen über alle haben, alle von jeder Zeit. Und ich weiß, einige lassen ihre Aluhüte rausholen, wenn ich das sage. Und es ist einfach so eine Angst vor dem Homegrown Terrorism, also dem zu Hause gewachsene Terrorismus gibt, dass da die Theorie ist, dass da alles gegengetan werden sollte. Aber ich glaube, dass die Aktivisten da die großen, interessanten Fragen stellen. Und zwar, kannst du da überhaupt rauskommen, überhaupt? Und das eine ist, dass die Aktivisten den Sieg erklären und alles ganz gut funktioniert. Und das zweite ist, dass die Bundesregierung da reinkommt und das selber macht. Und 2001, kurz nach den Anschlägen, hat das FBI entschieden, dass sie ungefähr 5000 Leute aus dem Mittleren Osten interviewen wollen. Und wir haben da lange versucht, mit diesen Gemeinschaften Freundschaft zu schließen. Und das wollen wir nicht gefährden mit diesen sinnlosen Interviews. Und was kommt da raus, wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir erstmal so einen Stock gegen den Bären pieken und dass das eine gute Sache ist. Und dass es Oakland oder Seattle ist oder wo auch immer. Und meine letzte Hoffnung ist, dass das jetzt so der Anfang ist. Und andere Geheimenschaften sehen, was Oakland gemacht hat. Und das vielleicht copy and paste, weil sie sich selber benutzen können. Und das weitermachen können. Und dann, dass es einfach eine Veränderung gibt. Und dann hört das auf. Und ich fände es sehr interessant, wenn Leute dann auch zu Hause und in ihrer lokalen Community da arbeiten würden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben noch fünf Minuten für Fragen und Antworten. Also, kommt zu dem Mikrofon, fragt eure Fragen und guckt, was die Antworten sind. Sehr spannendes Gebiet. Keine Fragen, wie kommt's? Ja, steht auf, Leute. Ja, toll. Los geht's. Du hast gesagt, dass diese AktivistInnen in diesen Städten sehr gut gebildet waren. Und ich frage mich, wie das ist. Orten wie Ferguson, wo es solche Aktivisten-Communities so nicht gibt. Ja, also ich glaube, Oakland hat wirklich profitiert von der Tech-Community. Und man denkt sich am Anfang, oh ja, also was für Beschränkungen für die Teilung sollten wir hier installieren. Also ich hoffe, dass das, was sie machen, ein Modell werden wird. Ich denke, was Ferguson macht, Ferguson hat jetzt AktivistInnen-Communities. Und wenn wir einen Weg finden, diese Lücke zu schließen zwischen den Communities, das hilft wirklich. Und das haben wir gesehen, wie das passiert in Oakland, wie jetzt 100 Menschen, verschiedene Communities bei den Protesten erscheinen. Es gibt also wirklich, die Hoffnung ist, dass wir ein Modell bekommen, das wir wirklich in anderen Städten implementieren können, nicht denselben Wissensstand haben darüber. Vielen Dank. Das ist total spannend und besonders für die RekanerInnen halt besonders wichtig, hier dieses Zusammenfassung zu hören. Ich frage mich wieder, ist es wie in den Städten, wo dieser Pushback nicht passiert und die Bürger sich nicht so wehren? Ja, ich glaube, es gibt leider mehrere dieser Städte, in denen der Pushback nicht so passiert. Aber was die lokalen Rechtsdurchsetzungsbehörden machen, ist, sie werben sich um ein Geld, Bundesgelder, bekommen die und dann gehen sie vielleicht zu den lokalen Behörden und sagen, wir haben hier jedes Menge Geld bekommen, super. Und ja, das ist natürlich super, sodass also das Bild insgesamt ein bisschen trüb ist. Ich denke aber, dass Snowden uns die Irren geöffnet hat und Augen und seine Enthüllungen gingen jetzt über die NSA-Spinage. Aber was man sieht, ist, dass Stadtratsmitglieder skeptisch werden über Überwachung und mehr als vor fünf Jahren. Und deshalb die Tatsache, dass wir diese Beispiele jetzt sehen, das ist ermutigend. Ja, bitte. Los, danke für deinen Talk. Was denkst du, es wären denn demokratische Angriffe, solche Überwachungsinitiativen, die ja nicht demokratischen Regeln folgen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, wenn deine Community nicht den Regeln fällt, egal welchen Regeln. Die Regierung? Es gibt tatsächlich Orte, wo diese Dinge nicht installiert worden sind und die Polizisten folgen vielleicht nicht den richtigen Regeln. Was also Oakland tat ist, dass sie tatsächlich Strafen, Geldstrafen eingebaut haben oder Strafen für Verletzungen der Regeln. Also es gibt jetzt das Recht, hier tatsächlich vor Gericht zu gehen, wenn die Regeln nicht befolgt wurden. Ich denke, dass die Gerichte hier auch unsere Verbündeten sind. Okay, vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Wow. Wenn du irgendwo Asyl brauchst, kommt nach Deutschland, denke ich. Vielleicht haben wir damit noch weniger Probleme. Also bitte einen großen Problem, äh, Applaus für Sie. Also bitte einen großen Problem, äh, Applaus für Sie. Vielen Dank.